so kampfgarniton also das war jetzt gerade nicht so gut also wir arbeiten die mal indem wir hier auch leichten hieb einsetzen haben wir noch in den leichten hieb mit dings da ist noch ein leichter und ansonsten das ausweichen ist nicht schlecht das sollte ich bei den tausend nadel machen und hier dann dauerhaft leichter hieb einsetzen so ich versuche das jetzt noch mal oder ich kann das ja mal eben off-speed machen This is just a guess. The world will end soon for you. Komm wieder runter. Bitte. Danke. 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 Hier war der Verheerer und hier war mein Brecher. Okay, das ist jetzt Kappe. EP-Fähigkeiten. Erstmal Chronostasis, ja. Und danach benutze ich nochmal... Gut. Hier bin ich jetzt hoffentlich richtig, oder? Ja. Oasenleuchtturm. Das ist ein langer, langer, langer Weg. So, ganz ohne... Ganz ohne Heiltränke, wollte ich sagen. Und schon weg. Das ging fix! Ähm... Ich frage mich, wie viel ich von den Dingern fauche. Oh, hier ist eine Mission. So, mal gucken, ob ich dich kaputt kriege. Oh, wow. Das war jetzt, ähm... Ich hatte jetzt irgendwie mehr erhofft. Was liegt hier rum? Energieeinheit. Jaaa... Engeltschlaufen und... Oh, sind hier noch mehr Charaktoren? Oh, sind hier noch mehr Charaktoren? Wo ist der hin? Ähm, ich hätte jetzt erstmal mit dir. Jaaa... 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 Wir nehmen das mal an. Jaaa... Jaaa... Okay... Ne, ich dachte schon wir könnten die einzelnen abgeben. Schade. Sehr gut. Und tschüss. Ähm, ja, ich nehm das mal mit hier. Vier braucht das, lägt mich am Arsch. Ja, lass mal gut sein. Gut, ähm, dann benutzen wir, genau, wir benutzen erstmal Speichern, das ist ne gute Idee, weil jetzt haben wir den Kaktor ungenietet. Und... Jetzt, falsche Taste. Erstmal wieder Chronostasis. Ha! Ich hab das Gefühl, dass, äh, Kaktoren großartig sind. Zum Ausrotten hier. Weil die hier anscheinend öfter spawnen. Ja, da ist schon wieder einer. Ich meine, die sind ja weg, bevor sie was tun können. Konterspruch? Was ist denn Konterspruch? Und wir kriegen 5000...